Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Minecraft Flag Wars Video mit meinen Kumpels, sag ich jetzt einfach mal, ja moin, ähm, oder mit, ja, mit, kein, kein Bock auf Copyright von euch, nein, Spaß, also mit, 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 okay, also, und, worum geht es so, es ist, ergibt doch gar keinen zufrieden. Ich glaube nicht. Gerne wheelspornosum binkzeltasen wariman bos ёcker ich habe die Klanner�� der Faust下去 Schettel Z του Gläser ich habe ich habe ich habe ja ich hatte keine chance nach vorne warum gehen die trotzdem noch zu uns die flagge ist noch da gefahren was auch da ist eine flohflung und zwei ist von gelb und grün wir brauchen zehn eisen ja das dauern Blöd. Pass auf, Frau, hinter die Faust. Nein, lass mir den Kehle, nein! Ich halte die Gelben auf, dass sie mich in die Mitte kommen habt, ne? Okay, die... Ja, hab einen drauf. Es läuft, als ob der noch runter... Pass auf, hinter... Nein, nein, nein! Die Flagge ist gut, ob die Grünen haben... Die Grünen! Pass auf, ich los das noch auf die. Rennen nach vorne... Nein, ich bin down! Wurde gerade noch getroffen. Mach den für ein normales Schwerd, Philip. Rennen, renn, renn! Nein, was weiß ich noch, was ich mir in den Tag geöffnet. Paul! Nice! Paul? Nein! Ich will auf jeden Fall für mich. Dann... Ich gehe mal kurz hin und bringen. Ich gehe mal kurz hin und bringen. Was sind in der Schirmt. Was? Wacht, wacht, wacht! Wacht, wacht, wacht! Wacht, wacht, wacht. Wacht, 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 wacht! Wacht, wacht! Ja, war vorher so, war, aber ich hab die aufreiten, nicht hin. Haben wir Gold? 2 Gold? Ich mach vor Augen, ich... 5 Gold, 5 Gold. Was kann man sich dafür machen? schwert oder meistens erster vor allem die man schmerz und schiebt ich habe das vier stadt ein tolles und offen klar ist links linkslob hat verpasst nein unser gold ist sowieso viel zu schnell wieder da leute ist aber gut für uns dann haben wir mehr zeit ich dachte hier haben wir schon gewonnen wenn ich beschütze ich pass auf hinter dir habe ich Ich mach die Soundform ein bisschen leiser. Ich glaub das ist ein bisschen zu laut, aber egal. Danke. Schnell nach vorne, schnell nach vorne. Du bist nur noch die Flagge bekommen, da haben wir gewonnen. Kommt du? Und ich seh nicht zwar die ganze Zeit die Sicht so. Man hat ein Dierschwert, hat ein Dierschwert. Haben sie nichts? Ich hab keine Ahnung. Komm, egal, ich mach mit Vollgold. 13 Gold hab ich. Ähm, was kommt mit dieser? Ne, 15 Gold, da kommt das andere. 14, 14, 14. Komm, 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 komm. Please, please, please. 15 Gold, ich kann das Schwert machen. Habt die gute Rüstung? Ja, ja. Ja, gut. Hast schon. Hast du Eisen, please? Danke, danke, danke. Ich hab das Goldschwert mit Rückschuss 2 und so. Ich hab das Goldschwert mit Rückschuss 2 und so. Ja, gut. Ich hab das Goldschwert mit Rückschwert mit Rückschwert. Musik 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 Ja also eh ist echt egal aber Aber wie ich hab nen nice ein Screenshot Der ist so nice Ich glaub ok dann würde ich sagen War's das für die heutige Folge Minecraft Flaggwurst Wir sehen uns in der nächsten Folge Minecraft oder irgendein andern Müll von mir Nein Spaß Und ciao Leute bis bald